Musik Also an diesem Direkt ist das Besondere, dass natürlich gleich das Meer da ist und das ist schon ein besonderer Reiz hier. Musik Er führt sie auf den Orgelboden und orgelte nach allen Noten mit seinem langen Paternoster und seinem Klingklang Clonimus Dominus. Musik Das Meer ist nirgendwo so nah wie hier, das ist mal ganz klar, das ist was Besonderes. Aber nicht nur das, es ist auch schon auffallend, dass die Leute hier sehr entspannt sind, sehr viel Ruhe haben, das wirklich genießen, die ganze Atmosphäre auf dem Platz. Was hier passiert, ob Gaukelei, ob Musik, was ihnen geboten wird. Musik Es ist geschichtlich hoch und nicht verbucht, dass im Jahr 884 die Schlacht von Nordendi stattfand. Musik Man weiß heute nicht mehr ganz genau wo das war, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war genau hier. Musik 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 Ich würde sagen, die Location ist einmalig für uns und da wir einen normalerweise im Mittelalter darstellen, ist das für uns eine einmalige Sache, diese Wikingergeschichte darzustellen und die Friesen. Wie Udo schon sagte, die Umgebung, die Location, die netten Leute, man meint wirklich, man taucht für ein paar Tage ab in die Zeit der Wikinger, ganz toll. Musik 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 Musik